ok da können wir nämlich hier den weg noch erweitern schnell ein bisschen rüber es sich laufe immer querfeld ein und wenn ich aber über also ein paar wege habt dann können wir uns das nämlich auch sparen und da ich noch ein bisschen kies dabei hat machen wir das gleich mal so die schmiede die pass ich gleich noch an also können wir hier wenigstens gerade durchlaufen das ist auch nicht schlecht oder das hier die fackel die kommt dann natürlich entsprechend da oben drüber weg und die rüstung kommt wieder in die kiste rein die werkbank die wird noch um 1 versetzt und das fenster müssen wir noch um 1 versetzen das ist auch klar so das kommt dann hier rein und die wand die müssen wir dann auch noch um 1 verschieben das heißt das fenster auch noch weg die bank noch weg so wird improvisiert leute so wird improvisiert jetzt habe ich keine axt dabei das heißt die schaufel mache ich auch mal schnell mit der hand weg ich hänge hier schon wieder an meinem headset kabel fest mit meinem fuß so die kommt dann entsprechend hierher scheiße ich meine natürlich hierher so wo es ja auch nicht ganz stimmt nach also um gewesen ist gerade ein bisschen suspekt war das schon von so also weil hier eigentlich können wir die auch um drei um einen block verkürzen das ist jetzt kabel ich hier die ganze folge an der bank rum weil mir das wieder von der relation her nicht passt so richtig so gewesen warum man diese vier blöcke breit gemacht haben das weiß der fuchs persönlich das hier hier kommt dann das fenster rein in die mitte und dann können wir hier oben noch die kante machen jetzt fehlt mir ein koppelstern das ist ja auch bimsch oder liegt der noch hier drin normalerweise dürfte ja keiner fehlen kurios also es gibt sachen die gibt es nicht aus der herausgeflogen ach egal wir müssen brauchen wir sowieso noch welches weil wir in den boden auch wieder neu machen müssen hier nämlich da und drei fenster mitbringen bitte memo an mich selbst was will ich denn hier glas ist hier drüben irgendwo hier 1 2 3 nur und ein bisschen koppelstuhl aufgeschissen so jetzt sieht das nämlich schon wieder ganz anders aus hier so das machen wir raus und das das machen wir hier rein so den ambass stellen wir wieder hier hin die kiste ist eigentlich auch quark die können wir da ruhig mit unters fenster stellen das ist auch wieder ein bisschen symmetrie und so ich sehe schon fast nichts mehr hier die lore haben wir auch vergessen wieder hin zu parken da hinten auf dem ofen war ja auch noch hier drin shit jetzt was ich da mal mache dann mache ich das mal so dass wir die werkbank hier hinstellen und den ofen hier herstellen damit das nicht naja ist ja wurscht so und die drei fenster noch reinhauen zwei drei die fackel kommt natürlich auch noch hier in die mitte so und dann stimmt es ja eigentlich erstmal wieder die bank steht mittig das ist alles mittig und hier läuft direkt der weg vorbei cool und der geht da bis jetzt da hinten durch und das hafenbecken wird auch grün am rande hier machen wir noch ein paar fackeln hin na passt schon so kann man so lassen ein straßennetz entsteht so jetzt haben wir hier natürlich nur noch 63 koppelstunden ein paar stufen wie gesagt die lore die würde ich nochmal ganz schnell da rüber bringen dass die hier nicht im inventar versauert die kann ruhig da wieder hin ah siehste hätten wir gleich noch ein paar gleisen mitnehmen können machen wir noch jetzt wäre ich mit dem pferd schneller schön da ne wie sie stehen im sonnenuntergang ach ne im sonnenaufgang es wird ja grad tag nicht nacht so da brauchen wir jetzt noch ein paar schienen ich weiß nicht wie viele ich bilde mir ein 2 ich hoffe dass es nur 2 sind nicht dass ich nochmal zurück muss dann reicht nämlich die folge nicht und dann müssen wir noch eine dranhängen oh Gott ne ist schon gut so reicht dann auch das passt schon alles so und da können wir nämlich hier immer schön die wege jetzt benutzen weil die fast überall lang gehen wo wir lang müssen und das sieht schon alles ganz toll aus hier schönes dorf wird das fast schon zur stadt wird's boing 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 ja es sind 2 habe ich aber wieder glück gehabt so zack passt schon so oder kann die nämlich da stehen bleiben und wenn ich zurückfahre docke ich da nämlich an und die entgleist mir nicht ständig ich muss die nicht erstmal abtragen kann ich immer schön hin und zurückfahren das mit dem pferden reiten das war ja nur eine einmalige Sache ich meine es kann mal sein dass wir mal eine Exkursion machen da kann ich auch das Pferd nehmen aber wenn ich es dann letztendlich einbüße mal durch irgendein Pech oder ach hier guck mal hier da ist der eine Block noch da hat er gefehlt aber da oben die Dachkante hatte ich jetzt gemacht oder ach ne eben nicht jetzt ist es korrekt jetzt stimmt alles wieder jetzt macht das alles auch natürlich wieder Sinn so und das war von der einen Bank hier so die eine Holzstufe der eine Holzzaun jetzt müssen wir wieder aufräumen Sand ne nicht Sand ne nicht Sand hier ist der Sand hier ist auch Sand hier ist Erde hier ist eine Mauer noch hier ist Kies da müssen wir auf jeden Fall mal bald wieder neuen holen da haben wir noch zwei Schaufeln zack und zack zack und den ganzen den ganzen Weizen bringen wir noch schnell dahinter hier vorne machen wir schon mal die Türen zu Aufnahmesession ist immer so ein Klischee alle Türen müssen zu sein so vielleicht kommen wir auch nochmal zurück in der Folge in anderthalb Minuten schaffen wir noch wir laufen mal schnell querfeld ein hier Ewald und Herbert Paul und Peter herrlich noch mal ganz schnell dahinter sind die Bäume eigentlich schon mal gewachsen da hinten ja sieht okay aus so und den ganzen Weizen den wir jetzt nicht gebraucht haben für die Viecher den können wir wieder hier rein klitschen cool so jetzt wieder zurück schnell mal zum Häuschen noch und dann beenden wir diese Session endlich und erfolgreich mit einem wirklich lachenden Auge weil es hat echt Spaß gemacht mit den Viechern jetzt hier rumzureiten dass das auch geklappt hat freut mich natürlich enormst wir gehen nochmal nach den Katzen gucken da sind sie die guten na ihr Mietzel hier ist auch noch die Tür offen warte ein bisschen draußen ist auch schön so dann würde ich mal sagen lass nochmal die Sonne untergehen da draußen und sagen vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal bei Minecraft hier bei OC Wolfers und lass ein Like da lass ein Abo da viel Spaß beim nächsten Mal und eine wunderschöne gute Nacht ein ein